Guten Tag, ich heiße Bogdan Usenko. Ich bin Schüler der 8. Klasse und möchte Ihnen gerne eine Frage stellen. Also Ihr Vorgänger kann man sagen, der Außenminister des Russischen Reiches, Alexander Mikhailovich Götzschekow, sagte, dass große Länder nicht auf Anerkennung angewiesen sind. Ist diese Aussage auch heute noch aktuell? Ich denke, die ist noch aktuell, da die menschliche Natur sich nicht verändert. Ungeachtet? Setzen Sie sich bitte. Sie verändert sich nicht, ungeachtet des technologischen Fortschrittes, ungeachtet der Neuerungen im Informationsbereich und in anderen Sphären. Der Mensch will immer seine Interessen behaupten und wenn der Mensch stark ist, zielorientiert, in gewisser Weise sogar stur, bekanntermaßen ist es für ihn natürlich einfacher zu erreichen, dass man ihn auch so wahrnimmt. Mit den Staaten, mit Ländern ist es ähnlich. Nur hier fällt es sogar noch mehr auf, dass wenn das Land groß ist, wenn das Land reich ist, wenn es dort ein Volk gibt, welches seine Geschichte kennt, liebt und auch fortsetzt und die Geschichte seiner Vorfahren, Das meinte wahrscheinlich Katschekow, weil das russische Zarenreich, danach die Sowjetunion, jetzt die russische Föderation, das größte Land der Welt ist, in Bezug auf das Territorium. Dies ist ein Land, welches Tradition hat. Man wird sie kaum in anderen Staaten finden können. Ich meine damit unser multinationales und multikonfessionelles Volk. Das russische Zarenreich hatte im Unterschied zu anderen Imperien, im Grunde die anderen Völker nicht, seinen Moralvorstellungen und ästhetischen Anforderungen unterworfen, als es seinen Einfluss erweiterte. Jedes Volk hat seine Sprache behalten, jedes Volk hat seinen Glauben behalten, jedes Volk hat seine Traditionen behalten. Es hatten sogar verschiedene Teile im russischen Reich einen unterschiedlichen Status, speziell um die Besonderheiten wiederzuspiegeln, welche charakteristisch waren für die jeweiligen sich angeschlossenen Volksgruppen. In den Vereinigten Staaten war es anders. Dort ist es einfach ein Schmelztiegel, wo sie alle zusammengeschmolzen haben und dann wurden alle sofort zu Amerikanern. Und auf der Stirn stand dann geschrieben, wie einer meiner amerikanischen Freunde sagte, wir sind alle Amerikaner, und auf der Stirn steht Menschenrechte geschrieben. Also wir sind so, wie wir sind. Bei uns ist jedoch die Vielfalt unserer ethnischen Zusammensetzung größer, und dies ist wirklich das Erbe unseres Landes, genauso wie auch das Territorium, wie auch die Bodenschätze. Was die Frage angeht, inwieweit die Aussage von Gorchikow anwendbar war, auch nach der Schaffung der Sowjetunion. Denn die Sowjetunion hat auch niemand anerkannt über einige Jahre, aber dann haben sie es anerkannt. Denn das war die Realität, welche nun mal geschaffen wurde und welche auch nicht verschwinden wird. Das haben dann auch alle verstanden. Genau das gleiche, denke ich, passiert auch heute, wo man versucht, die russische Föderation zu zwingen, nach gewissen Regeln zu leben. Nicht nach dem Völkerrecht. Der Westen spricht diesen Ausdruck Völkerrecht nicht mal mehr aus die ganzen letzten Jahre. Sie rufen alle dazu auf, sich an die Weltordnung zu halten, welche auf Regeln basiert. Diese Regeln hat niemand gesehen. Niemand war am Schreiben dieser Regeln beteiligt. Auf unsere berechtigte Frage, warum ihnen jene Regeln nicht passen, welche den Namen haben, der Satzung der Vereinten Nationen. Darauf gibt es keine Antwort. Aber wir kennen die Antwort. Dies passt unseren westlichen Kollegen deshalb nicht, weil sie all diese Regeln immer so drehen, wie es ihnen am jeweiligen Tag gerade passt. Als sie Jugoslawien zerstören wollten, haben sie den Kosovo anerkannt und sagten, dass dies das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist. Dabei wurden im Kosovo keinerlei Referenten durchgeführt. Aber sie haben es dennoch anerkannt. Sogar im internationalen Gericht haben sie die Entscheidung durchgebracht, wo es heißt, dass für die Erklärung der Unabhängigkeit dieses oder jenen Landes, für die Unabhängigkeit dieses oder jenes Territoriums, es nicht notwendig ist, die Zustimmung der Zentralregierung zu bekommen. Genau so steht es dort auch geschrieben. Aber wenn dann auf der Krim als Reaktion auf den verfassungswidrigen Staatsumsturz, wo Leute an die Macht gekommen sind, welche direkt verkündet haben, dass man den Status der russischen Sprache in der Ukraine abschaffen soll, welcher zuvor in den ukrainischen Gesetzen bis 2014 festgeschrieben war, dass man die Russen aus der Krim rausschmeißen soll, als die Bewohner der Krim als Reaktion darauf ein Referendum durchgeführt haben und dort offen und transparent mit der überwältigenden Mehrheit dafür gestemmt haben für die Unabhängigkeit von der Ukraine und den Anschluss an die russische Föderation, erkennt das der Westen nicht an. Scheinbar ist die Regel ein und dieselbe, das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Aber die Haltung des Westens ist eine andere. Und das, was jetzt vor sich geht, ihr seht ja, wie rasend der Westen darauf reagiert, dass Russland seine absolut rechtmäßigen, grundlegenden Interessen schützt. Schaut mal bezüglich dieser Regeln. Russland sagte, dass unsere Sicherheitsinteressen, die Sicherheitsinteressen unseres Landes untergraben werden, mit jedem Mal, wo sich die NATO trotz aller Versprechungen nach Osten ausdehnt. Insgesamt fünfmal. Und sich immer weiter an unsere Grenzen angenähert hat. Wir haben davor gewarnt, dass die Eingliederung der Ukraine und anderer ehemaliger Sowjetrepubliken in die NATO eine rote Linie ist. Wir haben gewarnt, dass wir gesehen haben, welche Pläne die Amerikaner und andere NATO-Länder erarbeitet haben in Bezug auf die Stationierung von Waffensystemen in der Ukraine sowie das Aufpumpen der Ukraine mit modernen Waffen, die Errichtung von Militärbasen und Flottenstützpunkten auf dem ukrainischen Territorium. Wir haben gesehen, wie nach dem Staatsumsturz, als die neue sogenannte Kiewer Staatsmacht versucht hat, mit Gewalt den Willen derer niederzuschlagen, welche im Donbass sich geweigert haben, das Resultat dieses Putsches zu akzeptieren. Als im Endeffekt die Militärkampagne, die über ein Jahr dauerte, damals wurden die Menschen ja in der Ostukraine zu Terroristen erklärt. Sie haben einfach nur gesagt, dass sie das Resultat des Staatsumsturzes nicht hinnehmen werden. Lasst uns bitte in Ruhe. Wir wollen das selber klären. Dann wurden sie zu Terroristen erklärt, obwohl sie ja niemanden angegriffen haben. Sie wurden angegriffen und es hat ein Jahr gedauert, um die Sinnlosigkeit dieses Blutbades zu erkennen, welche das neue Kiewer Regime angerichtet hat, wonach dann die Minsker Vereinbarungen beschlossen wurden. Dort stand alles sehr einfach geschrieben. Es musste ein Sonderstatus gewährt werden, diesen Territorien, die nicht von Kiew kontrolliert wurden, welche in Essen ihr darin besteht, dass sie das Recht haben, ihre eigene Sprache zu benutzen, die russische Sprache in ihrem Fall, das Recht, seine eigene Polizei bzw. Miliz zu haben, eigene Sicherheitsorgane und besondere Wirtschaftsbeziehungen zu haben zu den Nachbarregionen der russischen Föderation. Das war's. Diese Vereinbarungen wurden vor ganzen acht Jahren unterzeichnet. Parallel dazu, dass wir unsere Kollegen von der NATO gewarnt haben, vor der Osterweiterung, vor den Versuchen, die Ukraine zu schlucken und sie in die NATO einzugliedern. Gleichzeitig haben wir eingefordert, dass sie Kiew ein hartes Signal senden bezüglich der Notwendigkeit, diese Minsker Vereinbarungen umzusetzen. Alles völlig sinnlos. Wie man bei uns sagt, mit Erbsen gegen die Wand. Der Westen hat nur genickt und hat so getan, als ob er bemüht sei, dabei zu helfen, den Konflikt zu regulieren, aber in Wahrheit hat er zur absolut arroganten Position des Kiewer Regimes beigetragen, dazu angestachelt, welches öffentlich verkündete, durch den Präsidenten und durch die Minister, dass sie diese Minsker Vereinbarungen nicht umsetzen werden. Die Erweiterung der NATO, die Weigerung, die Minsker Vereinbarungen umzusetzen, parallel dazu hat ja die ukrainische Gesetzgebung Jahr für Jahr die russische Sprache verboten, im Bereich der Bildung, in den Medien, russische Sender wurden geschlossen, also sowohl russische Sender, die in der Ukraine ausgestrahlt haben, wie auch die ukrainischen Sender, welche in russischer Sprache gearbeitet haben. Und schlussendlich die letzte Fassung eines weiteren Gesetzes, welches einfach die Benutzung der russischen Sprache verboten hat im Alltag. Sie gehen in den Supermarkt beispielsweise und wenn sie den Verkäufer auf Russisch ansprechen und nicht auf der Amtssprache Ukrainisch, können sie bereits für eine Ordnungswidrigkeit zur Verantwortung gezogen werden. Und parallel dazu gab es einen weiteren Gesetzesblock, welcher die neonazistische Theorie und Praxis vorangetrieben hat. Einschließlich nicht nur die Huldigung derer, welche mit Hitler zusammengearbeitet haben, welche als Verbrecher anerkannt wurden bei den Nürnberger Prozessen, einschließlich auch die Ermutigung zu Fackelmärschen, einschließlich der Verwendung der Symbolik der Nazis, das Hakenkreuz, die Wappen der Bataillone und der Regimenter der SS, der Totenkopf und andere. Und einschließlich auch die Schaffung der Nationalbataillone, welche mithilfe von westlichen Ausbildern ausgebildet wurden und ihre Kämpfe erzogen haben im Geiste der neonazistischen Ideologie. Das haben alle gesehen. Und all diese Liste der Bedrohungen, welche geschaffen worden sind, direkt an unseren Grenzen, haben wir lange Jahre in die Köpfe unserer westlichen Partner eingetrichtert. Aber diese haben darauf gespuckt. Und ab dem Jahr 2009 haben wir nicht nur einmal angeboten, einen speziellen Vertrag abzuschließen, welcher die Sicherheit für alle Länder, einschließlich der Ukraine, garantieren wird, ohne irgendeine Erweiterung der NATO oder anderer militärpolitischer Allianzen. Im Jahre 2009 haben sie es abgelehnt. Und jetzt im Jahre 2021, als der Präsident nochmals diese Initiative hervorbrachte, wir haben die Verträge den Amerikanern und den NATO-Mitgliedern zukommen lassen und sie haben sich wieder geweigert, die Sicherheit zu garantieren, jenseits des Rahmens der NATO-Erweiterung, was für uns inakzeptabel war. Und das wussten sie genau. Ich spreche deshalb so detailliert darüber, denn schauen Sie, was sie für Regeln haben der Westen. Hier ist eine Liste absolut konkreter Bedrohungen für die Sicherheit der Russischen Föderation. Und nicht nur für die Sicherheit im physischen Sinne, sondern auch die Sicherheit im Bereich der Kultur, wenn ein großer Teil der ukrainischen Bevölkerung per Gesetz im Grunde daran gehindert ist, zu leben mit der eigenen Muttersprache, daran gehindert ist, die Kinder zu erziehen mit der russischen Kultur und in russischer Sprache und auch alles andere, worüber ich gerade gesprochen habe. Und dafür, dass wir nach jahrelangen Warnungen damit begonnen haben, als wir keinen Ausweg mehr gesehen haben, unsere Interessen zu verteidigen, als wir damit begonnen haben, die Interessen der russischen Bevölkerung im Donbass zu verteidigen, sehen Sie ja die Reaktionen unserer westlichen Kollegen. Sie haben ganz klar gezeigt, dass sie nicht in der Lage sind, so zu leben, wie es in der Satzung der UNO geschrieben steht. Denn in der Satzung der UNO steht, Ich habe Ihnen ja beschrieben, wie lange wir versucht haben, Gehör zu finden bei unseren westlichen Kollegen in Bezug auf all diese Bedrohungen, welche sie für uns geschaffen haben. Aber dann, wo die Vereinigten Staaten auf einmal entschieden haben, dass nicht etwa an den Grenzen der Vereinigten Staaten, sondern weit hinter dem Ozean, bei einer Entfernung von 10.000 Kilometern, dass sie plötzlich eine Bedrohung gesehen haben in Jugoslawien und dann haben sie Jugoslawien bombardiert, den Kosovo geschaffen und ihre Entscheidung diesen Teil Europas einfach aufgezwungen. Wenig später sahen sie auch in über 10.000 Kilometern Entfernung eine Bedrohung im Irak. Sie sagten, dass es im Irak angeblich Massenvernächtungswaffen gibt. Und dann haben sie das Land zerbombt. Hunderttausende Zivilisten wurden getötet. Hauptsächlich wurde diese Kampagne geleitet von den Amerikanern und Engländern im Jahre 2003. Und später sagte der damalige Premierminister von Großbritannien, Tony Blair, als sich Jahre später herausstellte, dass es dort keinerlei Massenvernächtungswaffen gab, sagte er, Naja, wir haben einen Fehler gemacht. Kann ja jedem mal passieren. Ich meine es ernst. Ich zitiere ihn jetzt gerade. Da haben sie einen Fehler gemacht. Fast eine Million Menschen sind gestorben. Das Land ist zerstört und können bis heute nicht seine Staatlichkeit wiederherstellen. Und dann erschien es ihnen, dass in Libyen mit den Menschenrechten nicht alles in Ordnung ist. Auch am anderen Teil der Erde. Sie haben ein Land zerbombt, welches wohlhabend war, wo es keine Armen gegeben hat, welches wirtschaftlich aufgeblüht ist. Nun ja, es gab da so ein autoritäres Regime. Aber um dieses autoritäre Regime zu stürzen, haben sie hunderte oder tausende Mal mehr Leute sterben lassen, als jene, die unter diesem autoritären Regime zu leiden hatten. Und in Libyen gibt es heute überhaupt keinen Staat mehr, sondern das ist ein Territorium, wo sich verschiedene politische und militärische Kräfte befinden und jeder ist sozusagen für sich. Wie ein Guleypolle. Das heißt, auch wenn ihnen der Eindruck entsteht, dass jemand sie bedroht, und ich betone es nochmal, in 10.000 Kilometern Entfernung, dann erklären sie es noch nicht einmal jemanden. Oder bitten jemanden darum, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Sie treffen einfach die Entscheidung und schicken das Militär. Bombardieren alles und machen es dem Erdboden gleich. So wie sie die Städte im Irak und übrigens auch in Syrien auch dem Erdboden gleich gemacht haben. Also von daher haben sie halt solche Regeln. Ich bin ein bisschen vom Thema abgewichen, aber diese Frage war halt wichtig. Darüber, dass große Länder nicht auf die Anerkennung angewiesen sind. Wissen Sie, wir durchleben jetzt wahrscheinlich wieder solch eine Periode in unserer Geschichte. Denn die Versuche, ihr seht es ja, ihr interessiert euch ja sicherlich für die Außenpolitik, wenn ihr schon hier seid. Ihr hört ja, wie sie sagen, Russland muss eine Niederlage erleiden. Wir müssen Russland besiegen. Wir müssen es erreichen, dass Russland auf dem Schlachtfeld verliert. Also ich denke, ihr kennt die Geschichte besser, als all diese westlichen Politiker, welche derartige Beschwörungen aussprechen. Und die waren wahrscheinlich auch schlecht in der Schule. Deshalb treffen sie falsche Schlüsse aus ihrem Verständnis der Vergangenheit und aus ihrem Verständnis davon, was Russland ist. Also ja, ich bin überzeugt davon, dass dies eines Tages vorbei sein wird. Der Westen wird ein weiteres Mal die Realität anerkennen, welche auf der Erde geschaffen wird. Er wird sie anerkennen. Er wird gezwungen sein, anzuerkennen, dass man nicht ungestraft und dauerhaft Russlands lebensnotwendige Interessen untergraben kann. Die Interessen der Russen, wo auch immer sie leben. Also stellt euch mal vor, wenn jetzt in Irland, jetzt wird ja viel über Irland gesprochen, denn in Nordirland, was ja jetzt zu Großbritannien gehört, eine Partei gewonnen hat, welche sich mit dem restlichen Irland wieder vereinigen will. Wenn in Irland jetzt plötzlich die englische Sprache verboten wäre, so wie die Ukrainer die russische Sprache verboten haben, hätte man jetzt in Irland die englische Sprache verboten. Oder wenn man in Belgien die französische Sprache verboten hätte. Oder in Finnland die schwedische. Das wäre ja unvorstellbar. Und der Westen hat all das geschluckt. Als ob das so auch gehört. Wir haben versucht, uns bei der OSZE dem Europarat Gehör zu verschaffen. Auch beim Komitee zur Beseitigung der Rassendiskriminierung in der UNO. Also dort haben sie ein bisschen sich empört. Aber dass man jetzt mit dem Fuß gestampft hat und gefordert hätte von den unzurechnungsfähigen Nationalisten, welche infolge des Umsturzes an die Macht gekommen sind, dass sie es nicht wagen sollen, die Rechte der russischsprachigen, naja, wenn man will, kann man es als Minderheit bezeichnen, wobei die absolute Mehrheit der Bürger der Ukraine russisch spricht, zu verletzen. So wie es die internationale Konvention fordert, zum Schutz derer, die ihre eigene Sprache sprechen. Naja, also das sind die westlichen Regeln. Bei ihnen kann nicht einmal die Rede davon sein, irgendeine europäische Sprache zu unterdrücken. In irgendeinem europäischen Land. Aber hier, wo die Ukrainer einen Treueschwur geleistet haben, auf die Treue zum Westen, und bedingungslos alles umsetzen, was der Westen ihnen rät, dann dürfen sie alles. Also sie werden am Ende die Realität anerkennen, anders kann es einfach nicht sein und wird es auch nicht. Und wir werden natürlich auch erzwingen, dass die Rechte der Russen, wo auch immer sie leben, eingehalten werden. Die Rechte der russischsprachigen Bevölkerung, im Einklang mit genau diesen Konventionen, wo auch die Unterschriften stehen, von allen westlichen Staaten. Und natürlich werden wir es auch erzwingen, dass die Sicherheitsinteressen Russlands nicht ignoriert werden. So wie es nämlich lange Jahre gelaufen ist, nachdem die Sowjetunion angefangen hat, zu existieren, und man uns einfach ins Gesicht gelogen hat, dass die NATO sich keinen Fußbreit mehr erweitern wird. Also von daher ist es eine sehr lange Antwort geworden, aber das war wirklich eine ernste Frage. Wir haben uns nicht ignoriert, wie es passiert, lange Jahre, nachdem die Sowjetunion zu sein war, und wir haben uns in die Gesichter, dass die NATO nicht auf den Dürf nicht drehen wird. Das war eine lange Antwort, aber der Frage war sehr, sehr, sehr. Vielen Dank.